Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nerdplay. Hier ist Lea, aber so lange hört ihr mich heute gar nicht. Yavanna war nämlich für euch auf der German Comic Con in Dortmund, der Limited Edition. In der letzten Episode gab es ja schon einen tollen Cosplay Roundtable mit noch tolleren Gästen. Und auch heute haben wir einen Roundtable dabei. Dieses Mal vom Comic Con Sonntag. Freut euch auf Buckykos, Sir Highlord und Aymu Cosplay. Viel Spaß! Guten Morgen Comic Con! Das üben wir nochmal. Bibbidi Bobbidi Beifall! Yay! Guten Morgen Comic Con! Ich bin Yavanna. Ich bin hier nicht nur im Namen von der German Comic Con, sondern auch von Hips, das Handle-Fashion und Nordizismus-Podcast. Aber vor allem bin ich hier, um mit euch über Cosplay zu reden und Cosplay zu feiern. Irgendwer von euch, der keine Ahnung hat, was Cosplay ist? Das ist vollkommen in Ordnung. Gestern hat Spider-Man auch nochmal nachgefragt. Also es passiert auch den Besten unter uns. Cosplay bedeutet einfach, dass wir unsere Liebe zu einem Charakter, einem Fandom, einem Genre in unserer Freizeit huldigen wollen. Indem wir versuchen, diesen Charakter entweder bildschirmgetreu oder in eigener Interpretation zu präsentieren. Und teilweise auch ein bisschen spielen. Also unseren eigenen Charakter etwas in den Hintergrund stellen, um den hervorzuheben, den wir so toll finden. Meine Gäste heute hier auf der Bühne für den Cosplay-Roundtable sind die von der Comic Con geladenen Cosplay-Star-Gäste, die oben im Gang ihre Stände haben, die ihr also später auch noch besuchen könnt. Wir machen eine lockere Talkrunde. Also es geht vor allem um Erfahrungen und wir gucken einfach, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Und ich möchte mit euch willkommen heißen für meine Gäste hier heute auf der Bühne. Erstens Bucky Kos. Dann haben wir Aimo Cosplay und Sir Highlord, die oben gemeinsam einen Stand haben. Und die anderen beiden Gäste, Ting Gilia und Eden Crafts, sind gerade noch oben am Stand und können dort auch besucht werden. Die haben wunderbare Cosplays an, die leider nicht ganz so sitztauglich sind wie diese tollen Kostüme hier. Und deswegen sind die oben am Stand geblieben. Aber auch die dürft ihr gerne mit Fragen löchern, wenn ihr an ihrem Stand vorbeikommt. Manche von euch waren vielleicht gestern schon da, andere nicht. Deswegen ziehen wir die ganze Runde heute einmal von vorne auf. Und meine Einstiegsfrage, die wir bei unserem Nerdplay Podcast von Nerdizismus immer stellen ist, wie hoch ist euer Nerdfaktor? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, da kommt natürlich die Frage auf, in welche Richtung. Also meine Definition von Nerdtum ist, ich weiß über eine oder mehrere Dinge mehr als viele andere Leute auf der Welt. Dann definitiv ja. 1 bis 10, ja. Okay. Genau, genau. Ist auf jeden Fall eine Antwort. Jetzt hast du mir meine Antwort geklaut. Ja, von einer Skala von 1 bis 10. Also ich bin sehr nerdig im Gaming-Bereich unterwegs und da ist es doch schon eine steile 9 bis 90. Das ist auch eine Ansage. Ja, also je nachdem, um welchen Bereich es geht. Also zum Beispiel Anime, da bin ich eine ganz klare Null. Aber wenn es um Star Wars, um Fantasy, Herr der Ringe geht, da würde ich schon doch auch eine, ja, mich auf eine 9 setzen, glaube ich. Also ich, ich muss ganz kurz da eingreifen, weil ich glaube nicht, dass du eine Null bist. Ich wette, du kannst mindestens drei Anime-Charaktere nennen. Ruffy? Mhm. Ähm, boah, das ist... Ähm, hallo. Es ist echt schwer. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ohne Scheiß. Alter. Aber, aber, aber... Ich bin wirklich da eine Null. Schon Goku und Sailor Moon, kennst du die? Ja, der, ja, das stimmt. Beide, ne? Ja, doch. Das heißt, dann haben wir schon... Und Ash Ketchum kennt mir auch noch einen. Ash ist auch, ja, super. Goku und Sailor Moon zählen auch als Anime, ne? Ist auch als Anime. Ja, dann... Siehst du, guck mal, dann bist du schon mindestens auf einer 1. Vielleicht sogar eine 1,5. Immerhin, wow. Ja, dann haben wir das Nerdtum etabliert. Jeder hat seine eigenen Nischenbereiche und wo wir gerade schon mal dabei sind. Was ist denn dein liebster Bereich? Ja, also grundsätzlich fühle ich mich hauptsächlich in der Fantasy zu Hause und ja, auch ganz, ganz stark Gaming, ganz klar. Einstiegsdroge? Äh, Einstiegsdroge war... Star Wars. Star Wars. Star Wars. Ja, auch ein Klassiker. Schon lange dabei. Beratet ihr euch noch darüber, was eure Lieblingsgenre sind? Wir diskutieren, wir diskutieren gerade darüber, ob Heidi und Biene Maja Anime ist oder nicht. Und ich sage nein, und Silke sagt ja. Ist Anime nicht ein animierter Zeichentrick auf Basis eines Mangas? Einfach nur animiert aus Japan? Also es muss nicht immer, also es gibt auch Animes, ohne dass es vorher einen Manga zugab. Also ist alles von Studio Ghibli auch? Ja, sofern sie in Japan gemacht sind, ist es ein Anime. Okay. Aber Heidi ist doch nicht jahrelang. Heidi gilt offiziell als Anime, genauso wie Biene Maja. Und zerstörst du deine Kindheit? Ja, ist das so? Nein, nein, nein. Das ist keine Zerstörung der Kindheit. Das bedeutet nur, dass du bereits multikulturell aufgewachsen bist, ohne es gewusst zu haben. Ja. Deine Nerdwurzeln greifen also tiefer, als du gedacht hast. Wenn du jetzt gesagt hättest, wir sprechen von Georgie und so, ne? Ach Georgie. Ja, dann haben die nicht groß geworden. Mensch. Aber doch nicht Heidi. Ja, aber das ist so. Haben wir wieder was gelernt. Also würdest du dann doch sagen, dass deine Wurzeln im Nerdwurzeln eher in Anime liegen? Ja, muss ja dann wohl ganz offenbar. Weil ich meine, wenn du damit geprägt wirst von Kindheit an und du weißt es nicht mal, da sehen wir die Medien, die beeinflussen dich, ohne dass du es überhaupt merkst. Also als ich damals angefangen habe, Tsubasa anzuhimmeln, wusste ich auch noch nicht, dass das Anime heißt. Ich fand nur toll, dass der Fallrückzieher in jedem Spiel gemacht hat. Mindestens. Und das war die ganze Karte. Also von links nach rechts hat er das Ding angeprescht. Spielfeld, nicht Karte. Wie war eigentlich die Frage? Welches ist dein Lieblingsgenre und wo siehst du deine Wurzeln im Nerdwurzeln? Ja, wie gesagt, ganz eindeutig Gaming-Bereich. Ich gehöre jetzt doch auch schon zu dem älteren Semester. Ich bin noch groß geworden mit einem Computer, der konnte eine Farbe darstellen. Das heißt, entweder hat er gelb gezeigt oder er hat kein gelb gezeigt, das war doch ein Monochrom-Monitor. Und da habe ich dann damals schon die ersten Spiele drauf gespielt. C64 und so weiter. Ja, als Gaming dann bin ich quasi groß geworden. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin und bleibe einfach ein Spielkind, ob nun mit Computerspielen oder halt letztendlich auch mit einem Cosplay bauen, spielen und so weiter. Spielst du immer noch Monochrom? Nur auf dem Drucker. In dem Fall hat er einen Monochrom-Drucker. Ja, ich würde sagen Anime, auch wenn ich jetzt hier gerade ausnahmsweise mit einem Game-Cosplay sitze. Cosplay eigentlich überwiegend Anime-Charaktere. Ja, eigentlich. Und Nerd-Tum an sich? Also guckst du auch nur viel Anime? Also ich zocke auch, so ist es nicht, aber Anime schaue ich eigentlich fast täglich. Ich meine, ich zocke auch fast täglich. Also... Was war denn das erste, was du gespielt hast? Das aller-allererste Spiel? Yoshi's Island. Oder Tetris. Ich weiß es nicht mehr so genau. Damals auf dem Super Nintendo. Ich weiß noch, ich habe den Game-Boy von meiner Schwester geklaut, wo Tetris drauf war. Ja, genau. Ja, den Game-Boy hatte man ja dann auch noch später. Ich war leider nie eins der coolen Kinder, die dann auch den Game-Boy Advanced hatten und sowas später. Also da war ich leider raus. Ich hatte immer noch Freunde. Ich habe immer noch nur den Game-Boy-Klassik. Ja. Den alten Molokom. Ja, guck mal. Ich habe meinen nicht mehr. Ja, wo wir gerade bei den Anfängen sind. Wir haben jetzt von euren Nerd-Tum-Anfängen gesprochen, aber wir sind ja hier auch, um über Cosplay zu reden. Was war denn das erste, was ihr gecosplayt habt? Also das, was euch quasi davon überzeugt hat, zu sagen, das möchte ich selber anziehen und vor allem auch dann selber herstellen. Das ist bei mir so eine ganz schwierige Sache, weil ich bin so ein bisschen in die Cosplay-Szene reingerutscht dadurch, dass ich früher sehr viel Lichtschwert-Schaukampf gemacht habe. Und dementsprechend das erste Kostüm war damals ein dunkler Jedi. Den habe ich aber noch nicht selbst gemacht, weil es war wirklich einfach nur ein, wir brauchten halt ein Kostüm, damit wir nicht in T-Shirt und Shorts auf der Bühne stehen. Das erste selbstgemachte, ich glaube, da bleibe ich aber trotzdem noch bei Star Wars, war dann aber... Boah, jetzt muss ich überlegen. Ne, es war nicht Star Wars. Es war mein Nazgul aus Herr der Ringe. Oh, direkt schön eine große Kutte, Maske, Krone, alles? Ja, direkt verstecken. Hast du das für einen bestimmten Event gemacht oder einfach aus Spaß an der Freude? Ich war da in einer Kostüm-Truppe, Gruppe, die eh schon Herr der Ringe und vorrangig eben Nazgul, weil es ist zwar viel, aber es verzeiht auch viele Fehler, weil man eh alles, was irgendwie schief geht, kann man am Ende dann noch mal kaputt machen und dann soll das so. Und darum, ja, für die Truppe war das im Prinzip und da hatten wir dann auch, dass wir dann da mit 5 Nazgul... Das ist schon ein Auftritt, mit 5 Nazgul. Hat sich schon auch cool angefühlt, das war schon nice. Und bei euch, Anime, Gaming? Ja, bei mir war es ja so, ich komme ja ursprünglich aus der Mittelalter-Szene. Ich war so viele Jahre lang im Mittelalter-Bereich unterwegs, Reenactment, dort dann als Tempelritter unterwegs und bin irgendwann mit meiner Tochter dann auf die RPC gegangen, als es sie damals noch gab. Und sah dann mal wieder diese ganzen mega krassen Kostüme und stand davor und dachte mir, das willst du eigentlich auch mal machen. Und dann war so die Überlegung, was kannst du eigentlich zum Einstieg mal machen? Und dann kam so das eine zum anderen, das überlegte ich halt, was hast du eigentlich schon zu Hause, was du eventuell recyceln könntest, was man vielleicht mit relativ wenig Aufwand benutzen könnte. Und da bot sich dann einfach der Templer an und dann war ziemlich schnell die Brücke geschlagen zu Dantes Inferno, was ich damals auf der Xbox 360 gesuchtet habe. Es war so ein geniales Game. Und dann war das erste Cosplay tatsächlich dann Dantes Inferno, also Dante Alighieri. Und von meinem ursprünglich Mittelalter-Templer konnte ich nichts verwenden, ich habe alles neu gemacht. War dann auch gut streit. Aber die Inspiration konntest du nehmen. Genau. Und ja, das war dann mein erstes Cosplay, wo ich auch das erste Mal mich mit allem auseinander gesetzt habe. Gerade mit Warbler bzw. Cosplay-Flex und wie baut man eigentlich 2,40 m große Sensen, ohne dass sie zusammenfallen und solche Geschichten. Also bei dir auch das erste Cosplay direkt all in? Ja. Also ich habe einen sehr holprigen Start ins Cosplay gehabt. Ich wollte nicht holprig sagen, aber sehr spontan. Wir waren auf der Gamescom und wir waren irgendwie, es gab irgendwie, wir haben ganz spontan uns dazu entschieden, auf die Gamescom zu gehen. Und dann haben wir nur noch Tickets bekommen für, ich glaube, Donnerstags und ich glaube dann Samstags oder Sonntags irgendwie. Irgendwie so. Also wir sind hingefahren, wieder zurück. Und am ersten Tag auf der Gamescom sind wir halt rumgelaufen und dann sahen halt immer ganz viele Leute ganz cool aus, weil sie die Kostümer an hatten und ich fand das irgendwie so richtig nice. Und dann waren ja auch immer diese Merch-Stände und Cosplay-Stände, wo man auch Kontaktlinsen und sowas kaufen konnte. Dann war ich so am überlegen, ja eigentlich ich würde auch gerne mal so bunte Kontaktlinsen tragen. Und dann war ich die ganze Zeit auf dem Heimweg am überlegen, so ja, was kannst du denn Cosplay haben, was irgendwie bunte Augen hat. Und ja, kam dann irgendwie auf Nisa Anamee aus Death Note und hab mir dann innerhalb von zwei Tagen ganz spontan irgendwie aus Klamotten, die ich hatte und Dinge, die ich über eBay Kleinanzeigen gefunden habe, dieses Cosplay zusammen geschustert irgendwie und bin dann sonntags über die Gamescom gelaufen. Das hatte ich noch, als die Gamescom sonntags war. Und war einfach happy, dass ich glaube vier Leute mich erkannt haben und sogar zwei Leute ein Foto mit mir machen wollten. Ja. Das ist immer das größte Kompliment vor allem für einen Anfänger-Cosplayer, ne? Genau. Aber du siehst toll aus, darf ich ein Foto machen? Und da war ein Mädel, das war so aufgeregt, das hat sie richtig gezittert und konnte kaum ihr Handy entsperren, weil sie so, alles war so süß. Wunderschön. Ja, wir bei Hipster Fanboy Fashion machen ja auch Casual Cosplay, also auch mit Dingen, die ich bereits zu Hause habe, so ein bisschen die Essenz des Charakters einfangen. Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Das ist einfach ein toller Einstieg, um einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern, zu gucken, fühle ich mich denn überhaupt wohl, damit angesprochen zu werden und um auch einfach diesen Play-Aspekt mit ins Cosplay zu bringen, ne? Also Charaktere, die man einfach gern hat. Gibt es denn bei euch ein bestimmtes Cosplay, wo ihr sagt, das habe ich einfach gern, das bin ich gerne, ich bin gerne dieser Charakter? Äh, gute Frage grundsätzlich. Also ich kann definitiv sagen, im Nazgul fühle ich mich unglaublich wohl und... Aber nicht nur, weil du versteckt bist? Zum Teil sogar ist das einer der Gründe, weil ich mich da, weil ich da dann, ja mich... Zumindest anfangs war es wirklich so, dass das der Grund war, warum ich mich mehr getraut habe, aus mir rauszugehen und mal mehr Blödsinn zu machen und einfach irgendwo in eine Gruppe mit reinzutanzen oder was weiß ich. Ähm, was ich ansonsten, wenn man das Gesicht gesehen hat, halt mich nicht so getraut habe. Ähm, ansonsten, äh, ein Charakter, den ich sehr fühle, der wird nächste Woche fertig. Möchtest du ihn schon verraten? Äh, sehr gerne. Das wird Red Hood werden. Oh, sehr schön. Welche Variante? Also... Ähm, da bin ich einmal richtig Comic-Accurate gegangen und, ähm, hab jetzt, ähm, ja, gestern die Nachricht bekommen, dass meine leuchtend weißen Linsen für den Helm endlich angekommen sind. Deswegen kann dann nächste Woche endlich fertig gemacht werden. Yay! Und dann kann man den bei dir wo sehen, wenn wir das nachgucken möchten? Äh, auf Instagram, bei, unter Bucky-Kost. Das ist aber alles Wichtige passiert eigentlich eh, wird auch auf, auf, auf Tengilia dann gepostet, da der Bucky-Account ist relativ nicht so aktiv. Ja, also, das habe ich vorhin ja noch nicht, gar nicht erwähnt. Du bist ja mit Tengilia hier. Genau, ich bin eigentlich die Plus Eins von der Tengilia. Das stimmt ja so nicht. Du bist auch als Bucky-Kost mit auf dem Plakat angekündigt für den Cosplay-Round. Ja. Also, wir sind sehr froh, dass auch du hier bist. Das freut mich. Ja, aber wir machen alles zusammen. Wir sind ein, ein Team, ähm, und, genau. Also, alles Wichtige passiert definitiv auch, findet man auch auf dem Tengilia-Account. Wir, äh, ansonsten kann man uns auch auf Twitch zuschauen, da wo wir auch dann zusammen rumhängen. Baut ihr da? Genau. Also, wir machen Crafting-Streams, äh, zweimal die Woche regelmäßig. Und, ähm, ja, querbeet im Prinzip. Viel quatschen, viel, man kann uns alles fragen und, äh, basteln, was gerade so ansteht. Okay, cool, cool, cool. Also, da denkst du, du wirst dich darin einfach wohlfühlen, weil du den Charakter so sehr magst. Genau. Also, ich, ich, ich finde den Charakter super, super spannend. Teilweise witzig. Also, allein die, die, die Backstory, dass, dass das Batman ihn gefunden hat, als er die, 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 die Felgen vom Batmobil klauen wollte. Ähm. Bruce Wayne hat's ja. Bruce Wayne hat's ja, ist jetzt, ich wollte gerade sagen, ist jetzt nichts, was ich persönlich schon mal gemacht hätte. Aber, äh, ne, ich finde, ich finde den Charakter super spannend und freue mich sehr, den dann zu tragen und auch ein bisschen zu spielen. Sehr schön. Und hier? Ja, da kann ich übrigens nur wärmstens empfehlen, mal, äh, da in den Stream mit reinzugucken. Ich bin ja auch dann häufiger mal da und lass ihn so nebenbei laufen, weil da sieht man auch mal so, wie, äh, Cosplayer auf wirklich professioneller Ebene gemacht wird. Weil, was der liebe Luke so ein bisschen verschwiegen hat bisher. Ähm. Er ist ja kein 0815 Cosplayer, sondern er arbeitet ja wirklich auch für, für Spielefirmen und so weiter. Also, die stellen Kostüme nochmal auf einem ganz anderen Profilevel her, als ich das zum Beispiel tue. Ich liebe es, wenn Cosplayer sich gegenseitig loben. Es ist so schön, so viel Liebe. Es ist einfach so. Vielen, vielen Dank. Weil, man, man kann wirklich auch noch, äh, Sachen lernen und, und auch mal sehen, was man eigentlich noch alles machen kann auf Sachen, die man selber noch gar nicht gekommen ist. Deshalb, also, wie gesagt, reingucken lohnt sich da alle Male. Und er hat einen coolen Zappsaun. Oh Gott. Aber auch ihr habt ja einen Stream, ne? Also, äh, Streaming könnt ihr euch hier satt sehen in dieser World. Ja, ich jetzt, wie gesagt, eher selten, hab's ja gestern schon gesagt, da muss man sich immer anziehen, Hose anziehen und so weiter und bin ich meistens zu faul zu. Deshalb streame ich es dann doch eher selten, ne? Äh, Silke dann schon wieder, dann regelmäßig, äh, auch dann Cosplayer-Streams und, äh, Gaming, aber da sagt man schon ein bisschen was zu. Und, äh, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, also, bei mir ist, ähm, tatsächlich Reinhard. Reinhard aus Overwatch, weil er ist einfach groß, er ist mächtig und er sieht einfach nur geil aus. Und wenn dann die Leute vor einem stehen, gerade die Kinder, ja, mit, mit offenem Augen, äh, die steht letztens auch erst... Kleiner Junge steht vor ihm und sagt, Papa, Optimus Prime, ja, dann weiß ich, ich hab alles richtig gemacht. Das ist einfach schön, ja, wenn die Kinder mit solchen leuchten Augen vor dir stehen. Völlig egal, ob sie sich erkennen oder nicht, aber irgendeine Schwestern haben. Ich hab mal für ein kleines Mädchen, als ich Poison Ivy anhatte, hab ich so getan, als wär ich Fiona von Schreck, weil sie mich verwechselt hat. Auch schön. Ich wurde tatsächlich auch schon mal für Elsa gehalten, als ich es selber getragen hab auf dem Weihnachtsmarkt. Also, ja. Kinder haben so eine tolle Fantasie. Ja, aber doch eigentlich ganz süß. Ähm, ja, eigentlich ist das widersprüchlich, dass ich heute hier als The Plague da bin, weil eigentlich fühle ich mich immer in so süßen Anime-Konsälen ganz wohl. Ähm, ich glaub, weil es auch einfach das ist, was ich so nach außen hin einfach mehr ausstrahle, dieses quirkige, fröhliche, rumhüpsende Mädchen. Und, äh, ja. Aber wobei ich sagen... Ja, wenn man in dem Outfit auf jemanden zuläuft, dann könnte es sein, dass derjenige ein paar Schritte zurück macht, statt die Umarmung anzunehmen. Wobei das auch ganz cool ist. Also, wenn man so ein Cosplay anhat, was ein bisschen mehr Rüstung hat und so, und man sich einfach groß und mächtig fühlt, das ist eigentlich auch ganz cool. Also, ich mag beides, ich muss aber auch sagen, ich bin nicht so der Mensch, der wirklich so in Character ist. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt so 100% acten, wie der Character halt eben normalerweise ist im Spiel oder Anime. Das stimmt, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja heute auch nicht geschminkt als alte Frau, sondern ich mach das dann mein eigenes. Mit Glitzer und, äh, und ein bisschen Spaß dabei einfach. Genau. Das ist ja auch das Schöne, dass man, ähm, die Charaktere, also seinen eigenen und den, den man darstellt, so ein bisschen vermischen kann, ne? Genau, ja. Und das finde ich auch wichtig, dass man das mal sagen sollte. Also, Cosplay ist halt nicht nur, dass du 100% aussehen musst wie dieser eine Charakter aus dem einen Spiel oder aus dem Comic, wie auch immer. Sondern, dass man da auch groß eine Schiene an Eigeninterpretation reinlegen kann, wenn man das möchte. Genau, das ist ja einfach ein weites Spektrum. Also, es gibt ja einfach persönliche Ansprüche. Es gibt Leute, die wissen, ich möchte 1 zu 1 100% akkurat genau so aussehen. Ähm, das kann man, ähm, da kann man richtig schön seine künstlerische Ader ausleben, auch mit, ähm, Latexprothesen im Gesicht, mit einem richtigen Make-up, mit, ähm, ne? Einfach seinem Skill im, im Crafting und, äh, Painting und so weiter. Aber es gibt halt auch den Teil von Cosplay, der einfach ein bisschen mehr Freiraum bietet. Ich, äh, es gibt super viele Eigeninterpretationen. Ich weiß nicht, wie viele Harley Quinns es in den Comics gibt, aber auf der Comic Con gibt's immer noch mal dreimal so viele. Äh, in verschiedenen Outfits und in verschiedenen Varianten. Ja, ich würd' sagen, hauptsächlich geht's halt wirklich darum, dass man, dass man einfach nur Spaß hat und, 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 ja, im Idealfall einfach im Cosplay die Zeit seines Lebens hat und da, ja, rauslassen kann. Ja, du sprachst ja auch eben davon, im Nahschool lustig in eine Gruppe reinzutanzen. Das ist ja dann auch nicht unbedingt Screen-Accurate Character Development. Das ist vollkommen 100% in Character, natürlich, ja. Ne, aber genau sowas, das, das macht halt auch Spaß. Gleichzeitig macht's aber auch Spaß, an so ne Gruppe so leicht langsam runnen. Ja, dann zu creepen und die dann zu erschrecken müssen. Oh ja, oh ja, ich hab mal Scare-Acting gemacht, als Chucky die Mörderpuppe, also, ja, das macht Spaß. Ja, doch, ich auch. Ja, ich sag mal, ist natürlich immer schön, wenn Leute ihren Charakter wirklich beherrschen, ja, die dann mit dem verschmelzen, ähm, wenn man sie dann anspricht, äh, dass sie dann auch entsprechend reagieren. Ja, wenn ich da ihn zum Beispiel so McCree sehe, ja, und ich, äh, sage dann zu ihm als Reinhard, Hey, Jesse, weißt du, wie spät es ist? Und er antwortet dann entsprechend, ja, da weiß ich genau, coole Sau, der ist, ja, gerade im Charakter. Ähm, aber so dieses Spiel eines Charakters und auch in dieser Rolle sein, das ist nicht einfach und das kann auch nicht jeder und das muss man auch gar nicht können. Das ist halt einfach ein richtig schönes On Top und ich muss gestehen, ich bin es auch nicht. Ja, wenn ich in Reinhard unterwegs bin, dann schreie ich auch meine Sprüche, ja, keine Frage, ähm, aber ich lebe ihn nicht. Ich könnte jetzt auch nicht den Song von der Guten Fee singen, mal ganz abgesehen davon, dass ich keine Sopranstimme habe, kenne ich auch den Text nicht, außer Bibbidi-Bobbidi-Boo. Ja, gibt's noch mehr? Ein ganzer Song. Gott, heute lerne ich ja noch richtig was. Heidi ist ein Anime, die Gute Fee singt, wer hätt's gedacht. Ja, ähm, äh, wo wir gerade schon bei so tollen, ähm, Erinnerungen und Cosplay sind, was gibt es denn so als schöne Erinnerung von einer Convention? Denn ich glaube, wir sind alle wieder froh, dass die stattfinden können und ich konnte es kaum abwarten, endlich wieder hier auf ein Convention-Gelände zu laufen. Ja, also grundsätzlich gerade nach gefühltem Maß ist heute und gestern einfach wieder absolutes Highlight, weil es halt nach so einer langen Durststrecke endlich wieder, äh, ja, sind wir endlich wieder hier. Ja, selbst die kleine Variante fühlt sich einfach ganz groß und ganz special an. Ja, genau, das ist es. Aber wenn ich jetzt auf All-Time gehen würde, wär's, ähm, wär's wahrscheinlich auf der E3, als wir auf der E3 waren und ich da, äh, mein ganz großes Vorbild, äh, Wolpenprops kennenlernen durfte. Und, ähm, ja, wir hatten sogar dann noch nach der Messe einen schönen Abend, haben wir noch so noch ein bisschen Cocktail trinken gegangen und haben, ja, haben einfach ein bisschen gequatscht. Das war für mich so, nach außen hin habe ich, habe ich versucht zu wirken, als wäre, als wäre alles cool, aber in mir drin war das so, wow, es ist so spannend. Da kommt der Fan raus. Ja, voll. Also auch eher die Community-Connection? Ja, definitiv. Äh, ja, sehe ich ähnlich, ähm. Ähm, also man hat inzwischen irgendwie so ganz, ganz viele Leute kennengelernt, gerade auch über Twitch und so, die halt so einmal komplett quer in Deutschland wohnen, ähm, oder halt auch teilweise außerhalb von Deutschland. Und so auf Messen, finde ich, kann man sich halt nochmal alle sehen und, äh, verbringen eine gute Zeit zusammen. Und das ist einfach so mitunter das Beste, finde ich. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Man sammelt sich so seine Kon-Familie zusammen, ne, die aus allen Ecken und Enden des Landes und des Kontinents kommen. Ja, ich sag mal, da gibt's viele Beispiele, ob das jetzt, ähm, einfach mal so spontane Sit-Ins sind, dass man irgendwie, äh, ich sag mal hinter den Kulissen dann mal trifft, äh, mit denen man sich unterhält, äh, abends nach einer Convention zufällig, äh, dann mit, mit Leuten zusammensitzt, mit denen eigentlich vorher keinen Kontakt hat, äh, das ist das Beispiel Leon Giro, habe ich mal nachher Gamescom hingelernt, man saß abends mal so zusammen in der Kneipe. Ähm, du hast natürlich Erinnerungen, die beiden einem dann, ähm, 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 äh, die persönlichen Highlights, wo man sagt, man ist das erste Mal auf so einer riesigen Bühne, wie bei der Gamescom, man ist da zuhause erwählt, da oben zu stehen, das ist schon das, was sich einbrennt, ähm, ähm, die ersten eigenen Stände, wo man eingeladen wird, auf zum Beispiel CCXP, bei so einem riesigen Gewinn einfach teilnehmen zu dürfen, das sind dann so kleine Meilensteine, wo man einfach nur auf die Schulz drauf ist, aber das, was jede Con eigentlich immer wieder ausmacht, das sind die Menschen, die man einfach immer wieder trifft, der da neu kennenlernt, wo sich dann auch über viele Jahre vielleicht dann Kontakt oder auch Lordschaften herausunimmt. Darum geht es, denke ich, mal auch letztendlich. Ja, ich muss auch sagen, ich habe jedes einzelne Programmheft aufgewahrt, wo mein Name drinsteht. Also ich bin da auch immer noch so wie als kleines Kind, wenn die Mama die Zeitungsausschnitte gesammelt hat, wenn man mal mit einem Schultheater auf der Bühne stand oder so oder beim Hockeyspielen ein Tor geschossen hat. Sobald der Name in der Zeitung gehört, wird das ausgeschnitten und in Sammelalbum getan. Ich habe eine Kiste voll mit Convention-Programmpunkten. Und ich habe auch, als ich gestern hier angekommen bin, erst mal das Poster da fotografiert, auf dem steht, moderiert von Javanna. Ja, ich habe auch noch so eine Menge Aussteller-Chickels und sowas, die alle immer auf diesem Umhängebändchen sind. Die habe ich auch noch zu Hause. Ja, eine Sammlung an Lanyards, das muss sein. Ich finde das auch ganz schön, dass die Besucher hier an diesem Wochenende alle ein Lanyard bekommen haben. Das ist so ein tolles Andenken. Und es sieht immer direkt so aus, als wäre man irgendwie Crewmitglied. Dabei haben wir nur so Armbändchen bekommen. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Gibt es denn auch was, wo wir gerade bei diesen tollen, freudigen Momenten sind? Gibt es irgendwas, ich sage mal nicht Negatives, aber so vielleicht lustige, peinliche Momente, von denen ihr erzählen würdet? Das sind doch immer die schönsten Anekdoten. Oh Gott, peinlicher Moment. Also ich kann ja mal anfangen. Also ich habe dieses, nicht dieses Kostüm, sondern das, was ich gestern trug, die gute Fee angehabt. Das ist eine, also die andere gute Fee, die von Schreck. Und die hat Flügel und ich stand hinter der Bühne, kurz, sollte danach auf die Bühne kommen. Und dann ist der Stargast, der vorher interviewt worden ist, runtergekommen. Und ich habe mich umdrehen wollen, um Platz zu machen und habe dem voll mit meinem Flügel ins Auge gestoppt. Und danach konnte ich dem nicht mehr ins Gesicht sehen, den Rest erkommen. Es sind zum Glück, es sind zum Glück nur weiche Flügel und nicht so tolle Mechanikdinger, wie einige andere Leute haben. Die haben dann direkt nachgegeben. Das war tatsächlich auf der CCXP. Das war ja ein Riesen-Event, das war ja schon fast Gamescom größer. 2019 im Juni. Genau, und ich hatte dann diese einmalige Gelegenheit, auf diesen Contest-Teilnehmen zu dürfen. Ich war ja international vertreten. Und man hat nämlich mit Reinhard auserkoren, auf diese Bühne zu dürfen. Und Reinhard hat ja diese immensen Schultern, die ja eigentlich nur aufgesteckt sind. Und das Problem bei dem ist, wenn du die Arme versuchst hochzunehmen, hebelst du dir die Schultern aus, weil sie nur aufgesteckt sind. Und ich stehe also vor dieser Bühne und ich denke mir, wenn du gleich da rauf gehst, mach alles, zieh deine Show. Ich habe versucht, die Menge zum Kochen zu bringen, aber lass die verdammten Arme umgehen. Und sie sagt mich an und ich gehe auf die Bühne und ich reiße meine Arme nach oben und die Schultern fang ab. Und ich stand dann da oben quasi halb nackt, ohne Schulter und habe gedacht, es gehört zur Show und hat es gefeiert. Oh, Strifties von Reinhardt. War schon peinlich und lustig zugleich. Genau davon leben doch gute Anekdoten. Ja, ich müsste gleich noch überlegen. Eigentlich bin ich immer peinlich, aber eher für andere und nicht so für mich selbst. Ja, ich müsste echt überlegen. Aber das ist ja schön, das heißt, dass du keine schlechten Erinnerungen mit dir rauflegst. Ich glaube, ich spreche immer ganz häufig Leute an und weiß nicht, wer das ist. Also es könnte jetzt auch sein, dass mir hier irgendein Star über dem Weg läuft und ich den irgendwie blöd anpüppel oder so, weil er irgendwie gerade kaum Müll auf dem Boden ist. Wird ihn wahrscheinlich nicht erkennen und wäre einfach hemmungslos und würde ihn behandeln wie jeden anderen. Und dann kommt nachher jemand und sagt, du hast gerade XY angepult. Ja, genau. Also wäre nicht zum ersten Mal passiert. Ja, ich muss gerade auch überlegen, weil grundsätzlich habe ich, glaube ich, größtenteils, ist, glaube ich, die Sache, dass ich, wenn ich im Kostüm bin, fühle ich mich so wohl, dass ich Peinlichkeit kaum kenne. Deswegen, was gibt es denn? Ja, das ist ja das Allerschönste. Woran ich mich erinnere. Vielleicht auch was am Kostüm ungeplant, kaputt gegangen, einen Reißverschluss aufgeplatzt. Das sind sogar Sachen, an die erinnere ich mich gar nicht groß, weil ich die meistens abtue mit, ja, sowas passiert halt jedem. Sowas passiert jedem Mal, das kann immer mal passieren. Keine Entschuldungeinstellung. Und deswegen ist das kein so großes Erlebnis, so ich würde sagen, wie kommt, was ich mir da passiert. Das passiert einem auf einer riesigen Böhne. Das ist dann natürlich, ja, deswegen, das Erste, woran ich gedacht habe, war gerade auch eine der Lichtschwertshows, die wir mal hatten, wo dann wir uns tierisch verhaspelt hatten in unserer Choreografie und einfach irgendwie nur noch voreinander standen und uns blöd angeguckt haben und keiner wusste mehr, was wir jetzt machen sollen. Und für uns kam das halt ewig vor. Also gefühlt standen wir eine halbe Stunde regungslos auf dieser Bühne. Letztlich Publikum hat dann gesagt, ist mir gar nicht aufgefallen, aber wir haben dann halt irgendwelche Bewegungen gemacht, keine Ahnung. Und irgendwann nach, gefühlt einer halben Stunde sind wir dann wieder reingekommen. Das Publikum dachte vielleicht, ihr hättet euch gerade einfach nur böse intensiv angestarrt. Und das ist möglich. Ansonsten, ja, ich bin auch mal auf einer Messe, habe ich, oder auf einer Nachmesse-Party, habe ich aus Versehen, ja, den Schauspieler von Iron Fist in der Moshpit ein bisschen weggepobt. Das war eventuell, ja. Aber er verzweifelt. Der Moshpit ist immer auf eigenes Risiko. Eben, und er hat ordentlich zurückgemorscht. Dann ist ja alles wieder aufgeglichen. Aber du hast auch direkt, finde ich, eine super Einstellung dazu jetzt gerade mit auf den Weg gegeben, nämlich, das passiert jedem Mal. Und deswegen würde ich eigentlich ganz gerne von euch auch so ein bisschen mal etwas hören, was ihr so Anfängern mitgeben würdet. Einfach jemand, der sich vielleicht noch nicht ganz traut oder nicht weiß, wo er anfangen soll oder einfach eingeschüchtert ist von dem ganzen Talent, das sich hier überall befindet. Wie kann man in dieses Hobby einfach einsteigen, wenn man, wenn einfach mittlerweile schon so ein Riesenpool an Kreativität in der Welt ist? Grundsätzlich, also es klingt jetzt sehr einfach, wenn ich das sage, einfach machen. Also nicht so viel darüber nachdenken, klar, bis Research und so weiter, aber nicht alles zerdenken und auch jetzt nicht unbedingt alles immer mit denen vergleichen, die das halt schon seit Jahren machen. Lieber dann mal bei denen durch Instagram scrollen, wenn die halt die alten Posten nicht gelöscht haben. Was waren denn so deren erste Kostüme? Wie sah das denn so aus? Und dann sieht man so, ach ja, jeder fängt mal klein an. Und ansonsten ganz wichtig, was ich auch finde, ist nicht unter Druck setzen lassen von der Menge an neuen Kostümen, die man in seinem Instagram-Feed sieht. Weil das fühlt sich auch sehr schnell super erschlagend an. Man bekommt das Gefühl, dass jeder irgendwie alle drei Wochen ein neues Kostüm auf Master-Level raushaut. Wenn man dann aber guckt, so okay, das sind, ich sehe ja gerade, ich folge ja, keine Ahnung, 50, Hunderten von Cosplayern und kriege halt von allen das, wo jeder für Monate dran arbeitet. Und das fühlt sich sehr schnell so an, als würde man sich selbst, oder man setzt sich selber sehr schnell unter Druck. Und das ist nicht gut. Einfach jeder machen in dem Pace und so, wie es halt einem selber gefällt und gut tut. Das ist sehr schön, dass du es so sagst, weil du warst gestern noch nicht mit auf der Bühne. Da habe ich die Frage auch schon gestellt. Und genau das hat sich auch in euren Antworten gestern wieder gespiegelt. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Gefühl zu wissen, dass die Cosplay-Community da einfach sich sehr einig ist. Was habt ihr da noch hinzuzufügen? Also gerade dieses Vergleichen auf Instagram und Co. ist ein ganz böser Fehler, den man machen kann. Vergleicht euch grundsätzlich nicht mit anderen. Ihr wisst nicht, was hat derjenige selber überhaupt gemacht. Wie viel ist vielleicht fertig gekauft worden und hat das vielleicht professionell in Auftrag gegeben. Wie viel ist davon überhaupt echt und wie viel ist davon nicht sogar Photoshop. Wie viele finanzielle Mittel stecken eigentlich dahinter? Nicht vergleichen. Jeder hat seinen eigenen Stil und seine eigene Art und Weise. Wenn man sich anguckt, wie hat der eine was gemacht, was sich bei mir umsetzen kann. Völlig legitim. Aber vergleicht eure Arbeiten nie mit anderen. Genau, der Unterschied zwischen sich inspirieren lassen und sich vergleichen. Genau. Also wenn ihr euch vergleichen wollt, dann vergleicht euch mit euch selbst. Das erste Cosplay ist schon mal besser als das vorige, an das ihr euch nicht getraut habt. Das zweite Cosplay wird bestimmt auch in vielen Punkten besser als das erste. Da finde ich, der Vergleich ist in Ordnung. Den Vergleich mit sich selbst. Ja, absolut. Aber bei anderen inspirieren lassen, ja. Aber nicht daran messen. Das ist ungesund auf Dauer. Vor allem, man ist sich selbst immer der größte Kritiker. Das heißt, ich sehe Sachen, die mir überhaupt gar nicht gefallen und da kann ich mich dann hochziehen. Ja, ich bin ja auch so ein blöder Perfektionist. Wenn die Naht nicht sauber ist, die ich da geklebt habe, dann sehe ich die. Selbst wenn ich die nachher beseitigt habe, weiß ich, dass sie mal da war und sehe sie im Geiste immer noch. Und das überträgt man dann auch beim Vergleichen die eigenen, in Anführungsstrichen, Fehler oder unschönen Sachen und hebt die bei sich dann nochmal hervor. Darum, ja, gar nicht erst mit sowas anfangen. Ansonsten sage ich auch immer wieder, gerade für Leute, die gar nicht so wissen, Cosplay, ist das was für mich? Möchte ich das eigentlich machen? Kann ich immer wieder sagen, es spricht überhaupt gar nichts dagegen, sich irgendwas zu kaufen. Kauft euch wirklich was Fertiges. Wie in dem Fall jetzt hier. Toschi ist relativ einfach. Eine Wic kann man kaufen, kann man stylen. Ich habe die nicht mal gut gestylt. Ich bin da eine völlige Null drin. Weißes T-Shirt, Hose, fertig, hast du schon quasi ein halbes Cosplay. Ja, oder mal eben über eBay-Kleinanzeigen was zusammensuchen. Ja, und es ist nicht mal gut geworden. Es ist schnell zusammengeschustert. Aber so hat man einfach mal die Möglichkeit, sich mal auszuprobieren. Einfach mal zu sagen, ist es überhaupt was für mich? Möchte ich überhaupt verkleidet rumlaufen, in der Menge stehen? Möchte ich angesprochen werden? Weil Leute wollen dann auch Fotos mit dir machen. Leute unterhalten sich mit dir. Wenn man dann sagt, ja, das ist was, da habe ich Spaß dran. Dann kann man nur noch überlegen, gehe ich da rein und fange ich überhaupt an, selber Kostüme zu bauen. Aber das ist noch wieder was ganz anderes. Und dann kann es auch ganz schnell teuer werden. Das sollte man sich auch dann vor Augen halten. Also ein Kostüm zu basteln, das dauert. Es dauert unglaublich lange. Und das ist ja auch etwas, was du vorhin schon angesprochen hast. Es gibt Menschen, die das als Vollzeitberuf machen und als Auftragsarbeit. Das heißt, die kriegen Geld dafür. Die haben ein Budget. Und wenn man dann selber gucken muss, wie kriege ich das hin, dann kann man sich gar nicht damit vergleichen, weil man ja nicht 1000 Euro für einen Silikonabdruck übrig hat. Das haben wir hier gestern auf der Bühne gehört. Also da darf man nicht unterschätzen, so ein Kostüm zu bauen. Da können schnell hunderte von Euros reingehen. Und das ausschließt ja Materialkosten, gerade was Näharbeiten angeht. Kann Silke mit Sicherheit auch noch was zu sagen. Also die Stockpreise sind ja stellenweise Wahnsinn. Und ja, da sollte man nicht immer im Hinterkopf behalten. So weit ist nicht ganz billig. Und ich denke, das ist ja auch dann die Entscheidung, ist das Herstellen des Cosplays eigentlich auch ein Hobby von mir? Oder möchte ich nur den Teil mit dem anziehen und Spaß haben? Weil dann ist das gekaufte Kostüm ja vielleicht eigentlich eher was für einen. Genau, ist ja wahrscheinlich so eher die bessere Alternative. Als nur zu basteln, um des Bastelns willen. Wenn ihr euch einfach sagt, ich möchte gerne vielleicht Anime-Charaktere, Cosplay, weil die finde ich total genial. Die gibt es ziemlich günstiger und guten Qualitäten zu kaufen. Ja, dann bitte, go for it. Aber ansonsten muss ich auch immer jedem mal mit Herz legen, wenn man selber was macht, Zeit lassen. Kostüme dauern einfach unglaublich lange. Wenn man auf Instagram drauf guckt, da sieht man Progress. Da sind ja gerade Kamui, die hat immer so wunderschöne Timelapse. Die ist in fünf Minuten, hat die da Cosplays gebaut. Die sind einfach genial. Aber wenn man da mal tatsächlich reinguckt, steht dahinter neun Monate Bauzeit, anderthalb Jahre Bauzeit und ähnliches. Das ist das Schöne an den Twitch-Streams. Wenn dann live gebaut wird, sieht man erst mal, wie lange man an einem so einem Schulterding sitzen kann. Und dann vergleicht man vielleicht auch nicht mehr sich selbst so hart damit, weil man denkt, wenn selbst die Profis für ein so ein Teil drei Stunden brauchen, dann darf ich mir dafür auch fünf Stunden Zeit lassen. Und das ist halt was einfach überhaupt gar nicht gesehen und auch immer wieder unterschätzt wird. Einfach die Zeit in so ein Kostüm reingeht. Und wenn man damit sowas anfängt, kann ich nur mal sagen, sucht euch ein Teil raus am Kostüm, wenn ihr nachher so ein Design habt und ihr habt euch vielleicht schon mal einen Plan gemacht. Fangt ihr mal mit dem Teil an, was ihr am wenigsten mögt. Und hebt euch das Teil, was am besten ist, für den Schluss auf. Weil dann habt ihr nämlich auch mal so richtig Energie, am Ende das Ding fertig zu kriegen. Weil ganz oft ist es dann so, dass man so die letzten 20 Prozent eigentlich schon gar keinen Bock mehr hat, weil man schon so viel Zeit da reingesteckt hat. Und dann wird geschnudert und dann versaut man sich leider so vieles, was eigentlich... Deswegen mag ich auch gerne die süßen Kostüme, da kann man am Ende einfach noch ein bisschen Glitzer draufschmeißen. Ja, also eigentlich gehe ich vollkommen d'accord mit dem, was die beiden Herren hier schon erzählt haben. Was ich noch hinzufügen wollen würde, Instagram und Twitter sind toll. Aber, jetzt ein großes Aber, vieles davon zeigt nur das Schöne. Es gibt natürlich auch blöde Seiten, zum Beispiel die Dauer, die das Cosplay halt eben braucht. In der Herstellung. Oder aber auch, was ich ganz schlimm finde, wenn man sich vergleicht, vergleicht man sich häufig auch in Likes. Also in Gefällt mir Angaben, in Kommentaren, in wie viele Leute haben das gesehen, wie viele Follower hat die Person. Und ich finde, gerade momentan, wo es halt einfach so komplett überflutet ist mit Cosplayern auf Instagram und Twitter und schlag mich tot, wie viele Social Media es inzwischen gibt, vergleicht euch da nicht. Versucht nicht Cosplay zu machen, weil ihr irgendwie viele Follower erreichen wollt, sondern versucht Cosplay zu machen, weil euch das Spaß macht. Mein Berufswunsch ist berühmt werden. Ja, genau. Und also, versucht auch nicht irgendwie nach einem Trend zu gehen. Wenn ihr da jetzt irgendein Sailor Moon Cosplay habt, was ihr eigentlich schon seit 15 Jahren cool findet, was halt eigentlich, okay, Sailor Moon wird jetzt immer gehypt, war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht es auch noch 15 Jahren. Wenn es nicht mehr im Hype ist, dann okay, dann habt ihr vielleicht ein paar weniger Likes, aber im Endeffekt müsst ihr doch selber zufrieden sein mit dem, was ihr gemacht habt und nicht andere. Und ich persönlich muss auch sagen, wenn man dann sowas trägt und dann erkennt einen einer, das ist dann nochmal ein Freudenmoment für alle. Ich weiß noch, ich habe, als die neue She-Ra-Serie auf Netflix rausgekommen ist, da haben die am Anfang nicht so viele gesehen und ich habe super schnell einen Glimmer-Cosplay gemacht, weil ich die so toll fand. Und auf der Con, wo ich das getragen habe, haben mich nur vier Leute erkannt. Aber diese vier Leute haben es gefeiert. Also das hat mir auch echt den Tag versüßt. Ja, also gibt es eigentlich. Also man kann inzwischen auf Instagram, kann man die Likes, glaube ich, sogar ausstellen. Würde ich sogar teilweise bevorzugen inzwischen. Also hier auch nochmal eine ganz positive Nachricht an alle. Cosplay ist für alle da. Genau. Und man muss es ja nicht auf Instagram und Co. ausleben. Also man kann natürlich auch durchaus einfach auf eine Con laufen, weil man da Bock hat, mit ein paar Freunden in, keine Ahnung, einem Kimono rumzulaufen oder so. Das ist natürlich auch vollkommen legitim. Man muss es ja nicht immer für die komplette Öffentlichkeit ausleben. Ja, das Einzige, was ich vielleicht zum Kimono sagen wollen würde, macht euch darüber bewusst, dass ihr das alles mit Respekt behandelt. Euch bitte nicht einfach die Hautfarben anderer Kulturen aufmalt oder irgendwelche respektloseren Sachen mit Anderloids Kultur anstellt. Also da haben wir auch gestern ja schon drüber gesprochen, es geht immer bei allem ja nur darum, um Respekt. Wir sind alles Menschen und wir wollen alle gerne nett behandelt sein. Und da haben wir ja gestern auch über diese Einverständnisse geredet und was man beachten sollte. Vielleicht möchtet ihr da ja auch nochmal was zu sagen, eventuell in ein bisschen weniger aggressiven Ton als gestern. Aber du darfst auch gerne nochmal genau wiederholen, was du gesagt hast. Mir hat das gefallen. Ich habe gestern schon gesagt, ich sagte don't touch, don't fucking touch, weil es ist tatsächlich leider so, dass unglaublich viele, eben immer wieder Leute an Kostüme herangehen und dann einfach anfassen. Ein prinzipiell ist Anfassen überhaupt kein Problem, wenn man vorher fragt. Nur ist es leider dann häufig so, dass das Leute an Kostümtheit sehen, einen Knopf zum Beispiel, und dann fragen, oh kann man den drehen? Und du sagst, bis geradehin konnte man ihn nicht drehen. Kein Scheiß, das passiert regelmäßig. Oder große Flügel, die hinten dran sind. Leute kommen von hinten und ziehen an den Flügeln. Nicht nur, dass sie kaputt gehen können, aber Flügel sind meistens hinten mit einer ziemlich großen Konstruktion am Rücken letztendlich befestigt, für die Gewichtsverteilung und ähnliches. Und wenn dann einer dran zieht, dann drückt sich die gesamte Konstruktion hinten ins Kreuz rein und die Leute kippen stellenweise um vor Schmerzen auf einmal. Und das sind einfach so Sachen, denen sind sich viele Leute gar nicht bewusst in dem Moment. Und Körperkontakt ist auch immer wieder so eine Geschichte. Hört man und erlebt man immer wieder, dass dann auch Hände dahin wandern, wo sie nicht hingehören. Und deshalb ist es überhaupt gar kein Problem, dass man zusammen Fotos macht, dass man auch vielleicht zusammen postet, dass man zusammen irgendwelche coolen Szenen macht und ähnliches. Aber einfach vorher darauf ansprechen und dann funktioniert das auch alles. Häufig kriegt man das auch überhaupt gar nicht mit, wenn einer zum Beispiel neben dir steht. Gerade wenn ich Reinhardt anhab und ich habe meinen Tunnelblick oder beziehungsweise vorne diese Ausbeulung und vor mir steht auch immer die Kinder, ohne was zu sagen, ich sehe die gar nicht. Dann bin ich wie so ein LKW und überfahre die ja einfach. Das ist scheiße. Deshalb einfach kurz ansprechen, dann kann man Posen, man kann Fotos machen und so weiter, überhaupt kein Problem. Aber nicht einfach rangehen, nicht von vorne, nicht von hinten. Das kann ganz böse nach hinten losgehen. Ich denke auch fast alle Cosplayer sind fast immer bereit Fotos zu machen und vor allem dann auch schön zu posen, was das Bild ja noch viel schöner macht. Nur wenn wir uns umziehen, essen oder Pause machen, dann wollen wir halt nicht gerne fotografiert werden und deswegen sollte man immer vorher fragen. Ja, also im Großen und Ganzen, das hatten wir gestern auch schon als großes Thema, da waren auch eigentlich alle, sind da mitgezogen. Vielleicht könnte man nochmal ansprechen, was so Komplimente angeht oder scheinbare Komplimente. Wenn ich zu jemandem hingehe, da läuft eine Gruppe mit drei Leuten rum, zwei davon tragen dasselbe. Wenn ich dann zum einen von diesen zwei Cosplayern gehe und sage, boah, du bist das beste Cosplayer, was ich je gesehen habe. Alle anderen sind nicht so cool wie du. Klingt erstmal nice, aber wenn man halt andere Leute runterzieht, indem man anderen eigentlich, also es war natürlich lieb gemeint und garantiert nicht mit böser Absicht. Aber es ist halt erstens für den, der dabei steht, ziemlich blöd und meistens Cosplayer sind untereinander befreundet. Und wenn dann zwei Leute dasselbe gemacht haben und man liest dann auf Instagram und Twitter, oh, du bist viel besser als die andere, die ich da kenne, dann, ja, kommt nicht ganz so schön an. Da sind wir wieder beim Vergleichen. Ja, genau. Ich glaube, da muss halt auch nicht mal ein anderer Cosplayer mit dem gleichen Kostüm daneben stehen, damit das halt sich super weird anfühlt für denjenigen, dem das Kompliment gerade gilt. Ja. Sondern es kann halt auch immer sein, oder es ist höchstwahrscheinlich sogar zum Teil, nehmen wir einfach jetzt mal Ari. Du bist die beste Ari überhaupt, dann kannst du dir definitiv sicher sein, dass die Cosplayerin vier Freundinnen hat, die auch Ari cosplayen, die damit eben entsprechend, ja, indirekt runtergemacht wurden. Und das ist halt, meh. Wir sind einfach eine Community, die aus Positivität lebt. Komplimente, nett zueinander sein, das schwindet in heutigen Internetzeiten oft mal sehr schnell. Und das wollen wir bei uns in der Community nicht. Wir wollen lieb zueinander sein. Wir wollen uns gegenseitig hochheben statt runterdrücken. Was zum Beispiel wunderbar funktioniert, finde ich, ist, das hat die Team Gillia mit ihrer Judy zum Beispiel ein paar Mal bekommen, wo dann Leute gesagt haben, boah, für mich bist du Canon. Wo dieser Vergleich mit anderen halt wegfällt im Prinzip. Canon für diejenigen, die nicht im Fachsprech sind, wäre dann die richtige Version, also die am akkuratesten umgesetzt. Halt auch, also, wieder abgeschwächt das, also, es ist, äh, ja, dieses... Es ist einem im Prinzip, also, wenn das jemand als Kompliment sagen würde, ist das, wenn ich an diesen Charakter denke, denke ich an dich. Genau. Also an diese Version, die ich jetzt gerade vor mir sehe. Habe ich auch ganz häufig, dass ich zum Beispiel, ähm... Es gibt eine Cosplayerin, die hat, äh, Eloy aus, ähm, Horizon Zero Dawn gemacht. Und jedes Mal, wenn ich dieses Spiel sehe oder irgendwie selber spiele, denke ich mir, oh mein Gott, warum ist da diese Cosplayerin in diesem Spiel? Ähm, habe ich ganz häufig. Ähm, finde ich mega cool. Ähm, lasse ich den auch gerne so wissen, weil, äh, ich finde, das ist so vom Umgangsschon her, ist es super nett, super freundlich. Es zieht keinen anderen runter. Ähm, und was ich auch noch ganz gerne ansprechen würde, so Sachen wie, ähm, ja, cool, dass du den Charakter gemacht hast, aber du bist 20 Zentimeter zu klein dafür. Oder deine Hüfte ist zu breit dafür. Oder, äh, deine Hautfarbe passt nicht. Das steht dir ganz gut dafür, dass... Ja, genau. Also, ich persönlich als, ähm, 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 Frau, der größeren Gewichtsklasse, äh, höre sowas dann ja auch öfter mal, auch, ähm, besonders schön, du bist ja so mutig. Ich würde mich nicht trauen, noch Hotpants anzuziehen. In Klammern, wenn ich so aussehe wie du. Ja, klar. Was auch sehr, sehr schwierig war, war auch, auch Thema Judy wieder so, oh yeah, cool, Judy Cosplay, die habe ich auch schon ge... Danke. Ja, also, ähm, die Zusammenfassung ist, glaube ich, seid lieb zueinander. Ja. Wir haben uns eigentlich alle lieb, also seid einfach auch lieb, dann haben wir euch auch lieb. Ja, zeigt einfach Respekt und denkt daran, dass, dass hinter diesem Cosplay, hinter dieser, ich nenne es mal, lebenden Deko, dass da hinter ein Mensch steht, der da richtig viel Arbeit reingesteckt hat und auch sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Und, ähm, ja, dass es eben nicht nur Deko ist. Und auch niemand von uns, ähm, niemand von uns, auch Leute, die auf der Bühne stehen oder so, selbst, ähm, äh, diejenigen, die als Walking Act unterwegs sind oder so, ähm, wir sind ja trotzdem noch für uns auch da. Wir schulden niemandem das Foto, wenn wir gerade auf der Weg zum Toilette sind oder so. Bitte habt einfach ein bisschen Liebe und Rücksicht. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so komisch wie die gute Fee spreche, aber das kommt in dem Costume einfach von alleine. Und, ähm, da wir jetzt in einem, in so einem, äh, wunderschönen, positiven Ton gerade sind. Wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit und, ähm, ich möchte euch diese Bühne einfach nochmal geben, um von euch zu erzählen. Ich möchte, vielleicht wollt ihr etwas teilen, woran ihr gerade gearbeitet habt oder etwas, was ihr aus der Vergangenheit mitgenommen habt. Vielleicht möchtet ihr einfach nur eure Kanäle teilen, ähm, oder nochmal eine Nachricht ins Publikum geben, äh, mit der wir das hier alles nochmal schön abrunden können. Ähm, ich, äh, bin nämlich einfach nur glücklich, wieder hier zu sein und würde wirklich mir einfach wünschen, dass, äh, alle, die hier jetzt heute zugehört haben, einen schönen Tag haben, das mitnehmen, was wir uns angehört haben und, ähm, euch in positiver Erinnerung behalten. Ähm, vielleicht wollt ihr noch was mit auf den Weg geben. Ja, das soll ich einfach mal anfangen. Ähm, ja, äh, es fühlt sich immer ein bisschen merkwürdig an, so einen Werbung zu machen. Aber genau dafür seid ihr hier. Das ist eure Bühne, das ist, äh, euer Werbesalot. Ja, ich muss sagen, ich mache das ja noch nicht so lange hauptberuflich, ähm, wobei ich auch immer noch in der Phase bin, das auszuprobieren. Also es ist noch nicht, dass ich jetzt endgültig gesagt habe, ich mache das jetzt die nächsten zehn Jahre hauptberuflich. Ähm, ich bin immer noch in der Probierphase, ob es überhaupt klappt. Es sieht sehr gut aus momentan, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, aber es fühlt sich immer noch merkwürdig an zu sagen, ja, ich bin, äh, Content Creator oder wie auch immer man meinen Beruf Zweig jetzt nennen mag. Künstler. Ja, genau. Ähm, ja, es, äh, es, äh, es wird mich natürlich immer freuen, wenn man natürlich Reichweite generieren kann auf Instagram und Co. Also, wenn ihr mir da folgen wollt, IMO Cosplay. Wir sind auch oben mit einem Stand vertreten, ähm, machen ein bisschen Liveworking. Also, wenn ihr mal irgendwie interessiert seid an Cosplay-Kram, wie man das überhaupt so machen kann und so. Ähm, ich werde heute sehr wahrscheinlich ein bisschen weiter mit meinem Make-up machen hier, weil das ist noch nicht ganz fertig. Ähm, das ist Make-up? Ja, zum Glück. Sonst dürfte man dir auch nicht auf die zwei Meter nahe kommen. Ja, aber ich bei trotzdem die Maske auf, ne? Äh, passt jetzt gerade irgendwie. Ähm, ja, also da livecraften wir jetzt gerade. Äh, wer interessiert ist, kann gerne mal vorbeischauen und, äh, sich das angucken. Ähm, also wir machen nicht nur Make-up, äh, Sir Highlord, der, ähm, arbeitet heute, glaube ich, mit Schaumstoff. Ich weiß es nicht. Ja, nein. Ähm, ich hab da noch in Auftrag liegen. Das ist ein, äh, Helm, den ich noch zu Ende machen muss. Komplett 3D gedruckt, das heißt, ich werde jetzt noch zusammengeklebt und dann muss man gucken, ob ich ihn heute noch anmalen kann. Zumindest mit der Grundierung und so weiter. Und normalerweise gibt's dann, da zeige ich dann auch gerne immer mal wieder, wie man eigentlich Schnittmuster am Rechner erstellt, oder wie man generell 3D-Dateien am Rechner erstellt, daraus nachher dann Kostümteile baut, letztendlich dann auch ausdrucken kann, also auch an das Papier ausdrucken kann, damit du zum Beispiel Schnittmuster hat. Da gibt's verschiedenste Programme, die man alle für einen schmalen Taler haben kann. Zeige ich normalerweise auch, jetzt kann ich die gerade nicht, weil ich musste leider das Waptop-Blatt machen und neu installieren. Aber sowas will ich dann auch den Interessierten einfach mal zeigen. Aber du kannst ja trotzdem Fragen beantworten. Ja, das sowieso, das auch immer. Und da bin ich auch immer dankbar, wenn Leute einfach kommen und sagen, Mensch, wie hast du eigentlich das oder das gemacht? Oder aber sagen, ich hab da auch mal was ausprobiert, aber das hat nicht geklappt. Oder hat mir auch erzählt, Mensch, das hat total super geklappt. Du hast es dann auch mal schön zu hören, solche Erfolgserlebnisse einfach. Und ansonsten, wie gesagt, Schleichwerbung, da oben jede Menge am Stand gibt's halt Unmengen an Prinz, die wir auch mitgebracht haben. Und wie gesagt, die Silke sitzt da und die Genia mit Bucky und die Edencraft sitzt da oben. Und wir sind da also eine lustige Runde, die gerne besucht wird. Die gerne besucht wird. Ja. Nee, überhaupt nicht. Bitte nicht. Doch. Nee, also genau, wir craften heute hier nicht vor Ort, aber sind natürlich auch für Fragen immer offen. Und beim Craften könnt ihr uns auf Twitch immer dienstags und donnerstags ab 18 Uhr über die Schulter schauen. Ähm, aktuell ist noch ein Wizard aus Diablo 3 in Arbeit. Ähm, ich arbeite noch an ein paar, an noch ein paar mehr Cyberpunk-Waffen. Ähm, und demnächst, ähm, haben wir noch einen 24-Stunden-Stream sogar, wo wir irgendwie versuchen, was auch immer uns da geritten hat, Und innerhalb von 24 Stunden werden wir dann da, ja, uns Mühe geben, dass wir Aela aus Skyrim bauen. Ähm, komplett live. Das wird spannend. Ähm, und genau, ansonsten, da oben sitzen wir und, äh, auf Instagram und sonstigen, äh, Plattformen findet man, ja, uns hauptsächlich unter Tingilia-Cosplay, da passiert mehr. Äh, auf Instagram habe ich auch, heiße ich, heiße ich Bacikos, da, da, da passiert nicht ganz so viel, aber, wer möchte, ich freue mich auch darüber. Vielleicht passiert da ja mehr, wenn mehr Leute kommen. Das ist nicht ausgeschlossen. Also nochmal für alle, da oben bedeutet, wenn ihr durch den Eingang wieder reingeht, die Treppe hoch. Da, wo auch die Star-Gäste mit ihren Autogrammen sitzen, haben wir gegenüber die Stände von unseren Cosplayern. Das sind Sir Highlord, Aymu Cosplay, Bacikos, der mit Tingilia da ist. Und in der Mitte dazwischen sitzt dann noch Eden Craft, die ihr auch gerne besuchen dürft und Fragen stellen. Ähm, damit würde ich dann auch die heutige Runde einmal schließen. Ähm, wer die Namen nicht mitbekommen hat oder die Kanäle oder, 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 die haben an ihren Ständen auch praktische kleine Visitenkarten, die man einfach einstecken kann und dann zu Hause alles nachgucken. Für mich gilt, ich bin heute Nachmittag nochmal hier, um den Cosplay Catwalk zu moderieren, mit all den anderen tollen Cosplayern hier auf der Convention. Äh, unsere Star-Gäste könnt ihr oben an ihren Ständen besuchen. Und, äh, diese, äh, Aufnahme von diesem Roundtable sowie den Podcast gibt es dann auf nerdizismus.de und, äh, die Bilder von der Convention auf Hipster-Fangirl-Fashion. Und ich würde mich sehr freuen, ein paar von euch am 16 Uhr wieder hier zu sehen, für die Feier der, äh, Cosplayer dieser Convention. Ich bedanke mich sehr bei euch. Ich wünsche euch noch einen tollen Convention-Tag, einen schönen Sonntag und genießt diese Kann. Applaus Vielen Dank.